Hallo, herzlich willkommen zu einem Live-Kommendary und zwar, ich gehe jetzt einfach über den Tisch. So, das lässt sich eine Chance. So, ich gehe zu Ihnen. Sehr. Ah, schön. Wieder von vorne fangen. Klasse mit Null. Schön. Springen wir mal getiegen, der Steam-Deaf-Match. Jo, schauen wir mal, ne? Schön, ich finde ja da wieder nichts. Hm, das muss ich mal. Komm, hm, schneller. Hm, 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 hm. Oh, mein Gott. Ich schau mal grad, Charlie Berger, nein, Berger heißt da. Hm, schau mal grad ab. Spielt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, ich gehe da zumindest. Ist ja so ein Metal-Sachen halt. Ja, aber Dubstep ist für mich trotzdem besser irgendwelche. Ab und zu ein bisschen. Hm, genau. Da umhauen. Sehr. Das wird's laut. Das wird das halt. Warte. Nummer 1. Hm, das ist Stufe 1 von Lautstärke. Das passt. Na, so denke ich nicht. Ich denke nachher ziemlich gern, weil so Hardstyle eigentlich alles. Ich weiß, dass ich verkack fahre. Das mache ich immer am Anfang. Ich weiß nicht. Da kann es sicher mal irgendwann einmal einen Krieg kriegen oder so. Yeah, Granaden oder was ich kriege. Haha, nice. Oh, der hat mich gekriegt. Cool. Oh mein Gott. Hey, ich habe hier einen Lootier. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Wir haben die Führung verloren. Oh. Oh mein Gott. 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 Hat der Krieg gewonnen. Schaut mit dem Spaß, oder? Ich hätte schon wieder nur einen Hitmarker bekommen, oder? Oh mein Gott. Oh nein. Oh, der Typ hat Glück. Wir haben die Führung verloren. Das ist so alt nochmal. Wie ist hier? Wir haben die Führung verloren! Hahaha, halt die Reine komplett blind, oh Madonna. What the fuck? Oh mein Gott, Alter. Ich glaube sie auch. Mit Schalt einfach. Der Typ fichert weg. Ah, ich bin so schlecht. Waff, wo ist mein Neid? Nein! Ich muss eine andere nehmen, hilft nichts. Aufklärung, oh yeah! Nein! Hey, das verlieren wir auch noch. Wurste sein. Ich will nicht, dass wir verlieren. Das ist ungewohnt. Hey, ich bin auch so schlecht, Alter. Warum? Warum sind wir eigentlich so schlecht? Oh mein Gott, jetzt macht er Mutti. Dann wollen wir ihn haben. Ja, ich hab ihn noch erwischt. Oh yeah! Hey, die haben die Predators auch sie nach der Reihe. Das ist ja unglaublich. gut geht. Mann, 15 Seilen. Ja, aber immer noch nicht Level 4. Schaut. Egal. Henk mal ein kleiner Runde dazu. So, ja so ist das. Ich hoffe die Lautstärke geht so. Ich hätte auch nicht mal meine Musik, die ich da eingeschalten habe. Hm. Jo, so ist das. Hallo Lobi. Wie lange dauern wir auf? Sieben Minuten. Ja, mit dem Roto MSR, da wird nichts mehr kommen. Mit Gold, da wird gar nichts mehr kommen. Ich habe nämlich Kinomodus geschaut, er hat nicht einmal beim Kinomodus das ganze Scheiße aufgenommen da. Aber, ja. Ich habe einmal wieder so Scheinzpeich, wieder einmal. Da findet er wieder nichts. Da findet er wieder nichts. Das ist das wieder ewig. Wie mit dem Deathmash. Äh. Ja, da ist er wieder. Dann bin ich dran. Vielleicht findet er da was. Ja, sorry. Ich bin extremst müde. Hm. Ja. So ist das. Warum findet er da nichts? Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Ah ja, was ihr einmal fragen wollt. Wie schaut es aus? Äh. Wollt ihr von mir, äh. So wie Slender. So ihr einmal sowas machen oder so? Oder? Könnt ihr einmal Kommentare schreiben, wenn ihr wollt? Uh. Wollt ihr mir lustig. Wollt. Dann findet er was. Noch 2 Minuten. Häh. Häh. Wollt. Wollt. Nevermind. Wollt. 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 Wahrscheinlich weiß ich aber nix. Hm. Nubdub. Der macht den Tripper. Haha, klar kann. Sante geht mir. Oh mein Gott, den hab ich Liga noch. Und die hat mich auch gekriegt. Soppa. Was? Mann. Und? Nein. Da hab ich ich geh'n. Aber klar. Ist ja wüscht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich nehm' C ein. Ganz normal. Brauch' die Bank ein. Rebo war langarm. Muss ich zugeben. Was ist das? Oh mein Gott. 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 Komm. Oh mein Gott. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da hinauf. Und da hinauf. Super Killzone. Das kann er. Ciao, das wird klar. Das ist noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind die Typen, die ich hause. Und den hause ich auch. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Na. Naa. NET im Ernst. Orter. Hey. Alter. Ich kann schon wieder durchdraaaaaaannn. Fuck you. Alter. Ich geh mit der Söber. Mann. Alter. Das Spächer habe ich mir nicht, das ist unglaublich und die Geier, das ist Top Nummer 4, wo ich eigentlich habe kann, da ist er noch, 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 ich weiß nicht, ich gehe überhaupt nicht, wo ich hin soll, Keine Ahnung, echt, ich weiß das einfach nicht, oh mein Gott, ich habe das verkleid, nichts unterricht, das ist kommen, hier ist ein Wisch, oh mein Gott, hey, oh, oh, der geht auf mich, der geht auf mich, Nicht mehr, oh mein Gott, das finden wir abmessen, ja, see, was ist da, hm, komm, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Aiming ist scheiße, Und noch vor, und noch vor, und da ist einer, ich habe ihn zwar gehört, aber ich will es langsam, nice. Jetzt bin ich tot, jo, das war klar, wahrscheinlich ist er ein AC-130 oder so 3 oder Reaper, ah, AH-6, was sage ich? Nein, ist mir wurscht, dann geh ich nie um. Weißt, ich hole meine eigene AH-6 runter. Oh, das ist schon wieder mal scheiße. Oh, das ist AK. Oh, mein Gott. Dann hole ich mal. Das sage ich auch. Das sage ich auch. Assist-Hägel gemacht, Assister. Das habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Das war schon wieder so ein, oh, fail Scheiße. Das sage ich auch mal kurz, äh, äh, 15. Ab normal, echt. In Level 5. Oh mein Gott. Jetzt hat er wenigstens Klassentitel freigespielt. Ich mache da mal Cut. Und dann nehme ich glaube ich da weiter auf. Bis dann.